so kann man mich so hören wenn ich mich anlehne absolut perfekt kann man nicht hören man fragt sich allerdings was auf dem bild ist was hinten hinter dir steht falsch rum mit dem gesicht an die wand wahrscheinlich putin oder der ammer ist dass yvonne hat da extra das kissen hingelegt weil da steht die lieferadresse drauf und das ist das tolle yvonne denkt an alles ja unglaublich da steht die lieferadresse drauf und wir sind an einem geheimen ort wir sind bei meinem freund ralf und da schlafen wir ja immer wenn wir in köln spielen dann lädt der ralf uns im hain dazu übernachten und da bin ich ihm sehr dankbar dafür ich bin ihm auch dankbar dafür dass in seiner wohnung gutes wifi ist und alles gut ist ja wie geht es dir denn wenn ich amerikaner würde ich wäre würde ich sagen oh great how are you aber da ich kein amerikaner bin bin ich deutscher und dann sage ich dir mir geht es nicht gut das freut mich nicht das zu hören was ist mit aktuell ist passiert aber es ist sozusagen kurz vor meinem 63 stelle ich fest dass die welt nicht nur undankbar ist und scheiße ich stelle gleichzeitig auch noch fest dass ich unglaublich viele sachen super kann und toll mache und viele leute sagen wie toll das ist aber dass die zahlungsmoral im arsch ist und dass menschen zunehmend andere menschen ausbeuten und rücksichtslos rechnung nicht bezahlen und sowas alles das wirst du ja aus deiner branche auch kennen dass es da immer wieder menschen gibt die die meinen sie können andere leute hin halten und sowas alles und ich finde das ganz schlimm weil wenn du gute arbeit leistest dann hast du auch das verdient was du was du dir verdient hast eben und was du wert bist und das ganze in kombination mit man wird immer älter in kombination mit die zeiten sind scheiße in kombination mit ich war eigentlich die letzten 40 jahre nicht so scheiße drauf wie heute für meine verhältnisse was aber heißt im verhältnis zu anderen leuten bin ich noch richtig gut drauf das ist ja das was einen dann tatsächlich auch immer hoch hält also wir mir geht es jetzt nicht nicht total scheiße weil wir haben schöne auftritte gehabt wieder gestern auch waren wir im haas bahama in hagen und es ist dann toll wenn du dann nach der show nach vorne kommst was ich ja mache mein kumpel holger wohl liebe dass ein kumpel von mir da hat sie mir ja irgendwann mal gesagt gemacht hat die show eher zu ende geh nach vorne die leute freuen sich wenn sie mit dir ein paar worte wechseln können und das war ein sehr weiser tipp weil das macht wirklich freude wenn man das dann hört aber was die leute einem sagen also total der viele komplimente und alle sind total begeistert von der show und man merkt es geht voran aber gleichzeitig habe ich dann auch wenn ich im hotel bin natürlich merke ich das alter die zeiten um mich herum die mich auch manchmal wirklich langsam anfangen zu ärgern das ärgert mich richtig und man ist total besorgt und dann denkt man natürlich ja du kommst voran und du erreichst die viele ziele aber ist es das alles wert weil es ist ganz furchtbar viel arbeit es ist so furchtbar viel arbeit was man sich macht weil man da geht es dir ja auch so natürlich macht uns unser job spaß aber man denkt dann die mühle ist ja in einer tour nur in sachen kreativität unterwegs und was kann ich da noch machen was habe ich da für ideen und was weiß ich und ja und da fragt man ich frage mich manchmal ist es das wert und komme immer zu dem schluss genau wie du jetzt gerade kommen es gibt leute die haben es da echt wesentlich schwerer und so und den geht es wesentlich schlechter aber ich bin ich bin ich ein unglaublicher eigentlich bin ich ja optimist und ich bin auch extrem gut da drin so negative dinge auch einfach mal auszublenden weil es auch nichts besser macht wenn du sie immer im kopf hast aber jetzt habe ich zum ersten mal sicher seit seit 40 jahren dass ich morgens um fünf aufwache und nicht mehr einschlafen kann obwohl ich so gerne noch einfach noch schlafen würde ein stündchen oder zwei oder so nicht lange aber einfach noch ich will noch nicht den schlaf aufgeben und ich kann es nicht weil ich so herzklopfen habe und weil ich die ganze zeit über was nachdenken und so und das kenne ich von mir überhaupt nicht das ist mir ein unbekannter zustand viele leute erzählen dass sie das auch haben wenn sie irgendwie von keine ahnung sorgen geplagt sind oder sonst irgendwas und ich glaube auch dass mich das krank macht also ich glaube dass ich da empfänglich bin dafür dann krank zu werden wegen sowas weil der körper dann auch einfach sagt pass auf mein freund so geht das nicht weiter und gleichzeitig habe ich aber so viele positive also ich merke zum beispiel dieses was ich ja mein leben lang nicht gemacht habe aber wenn ich interviews für mit irgendwelchen politikern oder irgendwelchen prominenten oder so ich kann das besser als die meisten anderen das ist einfach das ist wirklich so ich weiß nicht woran es liegt ich mich nicht mal großartig vorbereiten sondern ich kann es besser ich kriege aus denen ich kriege ein anderes gesprächsklima hin und das hat sich ja mit alter und erfahrung und so auch zu tun ich kriege ein anderes gesprächsklima hin ich kriege andere inhalte raus und am ende gehen die weg und sind total glücklich und am ende und das ist das allerbeste oder oder gleichzeitig auch am meisten was mich am meisten nachdenklich stimmt ist dass die mich dann anrufen und sagen weißt du ich habe so viel tolle resonanz gekriegt und so dass ich da gesagt habe und was ich da gesagt habe in wirklichkeit habe ich das bett gemacht und dies haben sich reingelegt und sind super haben super geschlafen und ich stand die ganze zeit neben dem bett und zappel rum und es kommt irgendwie nicht so richtig zu dem was man eigentlich als gegenleistung kriegen könnte aber das ist wie es ist und ich finde ja schon toll überhaupt darüber zu sprechen weil ich normalerweise auch über sowas gar nicht sprechen das mache ich nur bei dir und da wir hier alleine sprechen ja auch keiner mit wenn man seine schwachstellen hat da im vermitteln von schwachstellen bin ich auch nicht gut aber tatsächlich nein es ist wie soll ich sagen ich sage dann ich also ich sage zu mir selber es ist es klingt dramatischer als es ist aber ich merke dass ich weißt du so eine früher wenn so kinder hängeschultern haben kannst du kennst ja so das habe ich auch ich habe echt hängeschultern und es ist und es ist eine ungerechte und ganz schlimme zeit und ich ist es ist auch was das was das volk betrifft also um mich rum die menschen was die sagen sachen die sagen sachen da hörst du sachen also ich habe vor zwei jahren kurz nachdem der krieg ausgebrochen ist in der ukraine also nicht ganz zwei jahre das war irgendwie um den um ende april anfang märz kann man noch gucken anfang mai kann man sogar gucken bei mir auf facebook habe ich gesagt dass die ukraine diesen krieg nicht gewinnen kann und dass ich weiß dass es ja friedensverhandlungen gab und dass diese friedensverhandlungen mit absicht boykottiert wurden und dass diese friedensverhandlungen dazu geführt hätten dass wahrscheinlich schnell frieden ist auch zum nachteil von der ukraine und ja es ist ein ein bisschen ein diktierter frieden und so ich habe das deswegen gewusst damals weil ich einen informanten habe der mit mir in einem zirkel ist der mit in so einem ausschuss war und jetzt kommt das alles nach habe ich mich anpöbeln lassen ja dass ich ein lügner bin und ich werde über zwei jahre höre ich mir jetzt die scheiße an ich habe seit zwei jahren immer wieder gesagt das lohnt sich nicht dass sich die ganzen menschen töten weil ich weiß dass im jetzt ist ja bestätigt worden sogar von der new york times und vom wall street journal am 15 april vor zwei jahren gab es friedensverhandlungen und dann hat russland gesagt dass also deren bedingungen waren und sie haben die bedingungen gestellt dass die westmächte übrigens deutschland nicht weil man die nicht zutraut dass die selbstständig meinung haben kein witz deswegen sind die deutschen ausgeflogen aus den verhandlungen es war frankreich war dabei china war dabei die türkei war dabei und russland wollte selber dabei sein in einem in einer und die wollten eine pufferzone einrichten die ukraine zur pufferzone machen end mit mit militarisierung also anstatt 250.000 streitkräfte sollten sie nur noch 85 haben sie wollten die anzahl der panzer beschränken und eine bedingung war dass alle waffen die aus dem westen gekommen sind wieder zurückgehen zu den ländern die sie gespendet haben das war die bedingung jetzt kann man sagen ja gut das ist da hat ja der böse angreifer hat bedingungen diktiert aber man kann auch diplomatie walten lassen und man kann auch sagen in der heutigen zeit zum jetzigen zeitpunkt ist es das beste was wir rausholen können und es gibt alles ist besser als krieg so seitdem sind über 400.000 menschen gestorben und da gibt es menschen auch also aber prominente journalisten menschen die auch die auch wichtig sind und die gehirn haben und so die sich heute hinstellen sagen das war gut dass wir das nicht gemacht haben also das ist ja gibt das wäre ja putin nachgegeben wie kann man denn sowas machen 400.000 tote junge in erster linie junge männer plus zivilbevölkerung plus endlos viele menschen die ihr leben lang traumatisiert sind und nie wieder arbeiten werden dann haben sie als argument noch solche sachen wie ja wenn dieser diktierte frieden gewesen wäre ja also dann und und die ukraine wäre eine puffer zone gewesen so übrigens wie auch weiß russland ja ist ja auch nicht eingenommen worden sondern das ist auch eine puffer zone und das kann man auch irgendwie nachvollziehen dass man puffer zonen haben will zwischen großmächten und sie haben sogar es steht sogar im vertrag drin dass die in europäische gemeinschaft dürfen die ukraine aber nicht in die nato was ich total das ist nachvollziehbar so und dann gibt es leute die jetzt sagen nee also den darf man auf gar keinen fall nachgeben also den putin das darf man gar nicht machen auf gar keinen fall darf man den nachgeben die finden 400.000 tote junge männer und ganz viel zivilbevölkerung und ein 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 exitus sondergleichen völlig in ordnung und ihr eines argument was ich noch sagen wollte ist ja wenn das ein diktierter frieden gewesen wäre wären ja viele millionen ukrainer geflohen und hätten die länder mit als flüchtlinge besetzt haben die nicht gemerkt wer hier anstatt dessen reinkommt die ganze zeit was für eine was für vollhonks hier bei uns ankommen und wie viele flüchtlinge sowieso schon aus der ukraine da sind das hätte ja nichts geändert nichts wir hätten zwei monate nach ausbruchs des kriegs frieden haben können und ganz ehrlich das diplomat also die diplomatie hat versagt und das sind alles so sachen dass ich sehe für meine kinder auch wenn was für einer welt wir sind und wie unglaublich respektlos dem menschen dem leben gegenüber dem volk gegenüber diese politik ist und dass wir deutschen der letzte hans wurst sind und das alles zusammen plus mein alter plus diese so jetzt kommen wir zum schönen thema des tages die sonne scheint ja ja das ist ja schön ich habe auch gedacht von ich habe nämlich auch die wonnen musste vorhin für ihren hund zu fressen ab und ich habe mir im auto eine zigarette angemacht und ich mittlerweile bin ich ja so ein bisschen an den punkt wo ich mich ärgere wenn ich sie gerade anmache wurde ich so furchtbar gerne rauche und dann habe ich so ganz kurz gesagt das ist aber auch alles irgendwie scheiß und dann habe ich aufs fenster geguckt in blauen himmel und habe gesagt nein es ist nicht scheiß also eben man kann sich das ja auch ich kann mir das auch ich kann mir das auch positiv reden vielleicht sollte ich anfangen zu rauchen das war sein manchmal manchmal schießen mir gedanken im kopf die sind völlig sinnlos aber ich weiß nicht wie ich darauf komme ich habe gerade gedacht alle wollen alle wollen rauchen keiner will brennen ja obwohl ich ja brenne für meine arbeit deswegen wer brennt raucht auch ja eben so soll ich mal die zettel hoch halten ich freue mich drauf ich bin gespannt welchen möchtest du eins zwei oder drei du musst dich entscheiden drei zettel sind frei ich nehme ich nehme ich nehme den rechten von mir aus also deinen linken den ja ja jetzt bin ich gespannt weltfrau herrlich herrlich lass uns erst sprechen was ich nicht habe ja das ist ja das finde ich gut dass ich das nicht hatte hätte ich auch ich hätte ich auch der erste gerade drüber aber ich sag's dir und über den kindergarten da kenne ich ein thema was uns da sollten wir vielleicht trotzdem drüber sprechen aber fangen wir erst an mit dem weltfrauentag ja 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 wer darf eigentlich feiern also ich habe gestern gehört das wusste ich gar nicht dass in mecklenburg-vorpommern der weltfrauentag sogar ein feiertag ist weil du sagst du auch in brandenburg auch die brauchen alle nicht arbeiten nein und jetzt frage ich dich am weltmännertag den es ja tatsächlich gibt ist da auch frei eigentlich gibt es einen weltmännertag ich weiß ja dass es einen weltmännertag gibt es gibt den vatertag wo alle mit dem mit dem bierwagen durch die gegenseite aber gibt es einen weltmännertag meinst du gibt es nicht nein glaube ich nicht fußball weltmeisterschaft endspiel ist das weltmännertag ja das ist so was das stimmt ja weltfrauentag ich ich habe eine notiz gelesen die mir natürlich dann wieder ich fand das ganz gut eigentlich der erst mal der weltfrauentag wird ja eigentlich falsch begangen denn man liest in den zeitungen über den weltfrauentag ja der der gender pay gap die frauen müssen mehr arbeiten für weniger geld oder auf kriegen weniger geld für die gleiche arbeit und ja und frauen sind so oft noch benachteiligt und so aber man geht eigentlich die wahren die wahren dinge die geht man eigentlich ja nicht an gewalt also richtig gewalt an frauen frauen die von muslimischen leuten unterdrückt werden also die wirklich gefahren die hier sind frauen die abgestochen werden gruppen vergewaltigt werden das alles kommt zum frauentag überhaupt nicht vor das wäre ja zum beispiel eigentlich momentan das wichtigste thema migration und frauen also man könnte auch sagen migration und deutsche frauen aber sagen das aber nur das thema migra der weltfrauentag oder geht ja für jede frau also frauen und migration das ist wie finde ich das ist wichtiger dieses thema als frauen im straßenverkehr was ja auch wir haben ja eine antifeministische verkehrspolitik habe ich noch nicht gelesen ja natürlich und das ding ist dass während frau baerbock durch die welt reist und irgendwelche feministische frauenpolitik da verbreitet und und die welt retten will angeblich vor den ganzen frauen feinden und sie erreicht genau gar nichts nichts null nichts damit ist es so dass es den frauen hier in deutschland schlechter geht als es ihnen jemals ging erstens zweitens ich für mich brauche weder einen weltmigrationstag noch einen weltfrauentag noch einen weltbehinderten tag noch brauche ich einen weltzigeunerschnitzel tag ich brauche das alles nicht weil mir muss man das nicht sagen für mich ist es selbstverständlich dass die frau wenn sie etwas leistet was der mann auch leistet sie völlig gleichberechtigt sind dass ich bin ich für mich ist das nicht feierwürdig und wenn man es dann feiern will finde ich gut um es zu zeigen dann musst du den zeigen die sich nicht daran halten und während wir ramada schilder aufhängen in der kölner innenstadt und in frankfurt und ich weiß nicht wo irgendwie das jetzt ramada ist alles gut habe ich auch nicht mal damit habe ich ein problem aber ramada schilder aufhängen kreuze abhängen und die die weltfrauentag zu hause bleiben und feiern und sonst irgendwas und nichts für die eigenen frauen tun das alles beißt sich gegenseitig in den sogenannten schwanz und eins muss ich mal sagen ich bin neidisch auf frauen weißt du warum ich noch nie noch nie habe ich erlebt dass irgendwelche frauen sagen sich unterhalten und sagen den boris brand den würde ich gerne mal so richtig ficken das wäre so geil wenn ich da mal ran dürfte an diesen boris brand so das gilt nicht für mich das gilt für alle außer popstars würde ich sagen bei popstars sagen sie es ja aber ansonsten hast du jemals erlebt dass irgendwelche frauen sich zusammenrotten und total scharf sind auf irgendeinen mann also eben außer popstars oder ja ja aber in jeder disse kannst du erleben wie typen sitzen sagt alter geile tippen guck dir da siehst du doch die scham lippchen so das ist doch ungerecht wieso wären eigentlich die frauen warum sind die männer dürfen die männer immer scharf sein auf frauen und die frauen werden immer begehrt und die männer nicht und jetzt frage ich dich hier mit der gleichberechtigung ich finde es ungerecht ich möchte auch so begehrt werden also meine frau die tut das ja ja das ist toll aber ich meine wenn jetzt immer um diese ungerechtigkeit mit den arbeitszeiten und der leistung und der bezahlung geht aber was das pleasen angeht ich glaube dass frauen mehr gepleased sind als männer ja das glaube ich auch und ich muss dir sagen ich habe mit frauen ja nun auch meine erfahrungen gemacht und ich fand schon als jugendlicher fand ich das verhalten von vielen frauen schon irgendwie doof also denn die frauen haben die männer oft so und die jungs und die haben die immer so kannst du dich daran erinnern so in 80er 90er 80er jahren so überheblich so die wurden so überheblich abgehört dass die männer eigentlich gar nicht mehr wussten was sollen sie jetzt machen soll man sich jetzt normal wie macho oder so oder soll man sich also was ist jetzt normal aber damals war es normal dass man gesagt hat pass mal auf püppchen ich pass auf dich auf ich beschütze dich und ich finde du bist eine ganz tolle frau aber das war ja dann eine zeitlang auch out was total in war war wer hat den blödsten spruch männern gegenüber ja genau es ist einfach es ist wie es ist ich glaube alle menschen die ein normales gesundes verhältnis haben zu gerechtigkeit zur moral zu den zehn geboten zu den sieben todsünden zu irgendwelchen regeln des zwischenmenschlichen beisammenseins die selbst ein gesundes selbstbewusstsein haben wissen wer sie sind was sie können und was sie nicht können die haben es definitiv nicht nötig sich irgendeinen tag oder irgendeine minderheit vorschreiben zu lassen es gilt ja nicht nur also gilt ja nicht nur für alle genau und ich glaube zum beispiel ne ich glaube dass jemand wie mario bart mehr für die frauen getan hat mit dem wie er sich sozusagen über sie lustig macht als manch anderer der sich als frauenfreund inszeniert ja weil nämlich mario bart macht die leute lachen darüber und viele frauen erkennen sich in vielen dem was da passiert und das ist positiv das ist nicht der macht der macht sie nicht schlecht sondern er inszeniert etwas über zeichnet etwas und das ist lustig und das gleiche gilt ja auch für wenn sich frauen comedians zum beispiel über männer lustig machen ist es ja genau das gleiche und das ist eine das ist eine form von von achtung respekt der macht muss man vorstellen der macht das thema frau zu einem großen teil zum inhalt seines gesamten künstlerischen lebens und dieses dass da irgendjemand sich hinstellen sagt das ist abwerten dass er sagt sie kann nicht richtig auto fahren darum geht es nicht es geht darum dass er dieses thema überzeichnet und dass durch diese überzeichnung auch eine aufmerksamkeit entsteht ich habe damit kein problem nein ich auch nicht ich habe eher ein problem damit dass ja dass es das immer versucht wird über diese minderheiten daran zu gehen so die arme frau denn es gibt ja starke frauen ich habe vorhin bei facebook bei mir ich weiß gar nicht zu welchem thema bei facebook bei mir gelesen ich nur eben so im vorbeigehen ich wusste nicht zu welchem thema die geschrieben hat aber irgendwie das ist alles quatsch ich habe in meinem leben noch nie irgendwelche hilfe gebraucht ich habe immer eine tolle position gehabt ich habe immer gutes gehalt gekriegt das liegt auch ein bisschen an euch selbst und ich glaube das ist auch so beim denn bei männern ist das ja auch bei männern gibt es auch menschen die im beruf ungerecht behandelt werden oder wenn du über das thema frauen nachdenkst nehmen wir mal frauen in der comedy das ist ja so ein thema was auch immer kommt frauen in sind frauen nicht lustig oder so ich stelle jetzt meine these auf meinst du nicht dass das so ist dass wir halt weniger wir haben ja eigentlich keine komische frau die ein stadion füllt woran liegt das liegt das daran dass er hat nicht so gut ist ja naja also frauenfußball und männerfußball ne die frauen werden gefeiert dafür dass sie fast so schnell sind wie die männer und dann ist man da auch begeistert und macht damit aber es ist eben doch was anderes weil es eine weil es sachen sind die macht der eine und der andere bei breiten zum beispiel ist es so dass frauen total gleichberechtigt sind und die frauen sind oft besser sogar als die männer muss man sagen es gibt es ist auch da hält sich das wahrscheinlich dann ich weiß nicht deutschlandweit bin ich kein experte aber ich kenne viele frauen die besser reiten als männer und gibt auch mehr frauen glaube ich die reiten als männer insgesamt so es gibt halt manche sachen die der eine besser kann und der andere schlechter kann das ist einfach so und ich wollte gerade nein 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 was die wollen hast du das gehört habe ich gehört ja habe ich gehört habe ich jetzt was dazugelernt sehr schön vielen dank und wir musik und wir mussten wir wollen eben dazu und warum ist das so weil männer da wenn frauen da benachteiligt werden oder weil frauen den stress nicht abkönnen beides nicht sagt sich naja da bin ich ja schon mal beruhigt also so oder so gibt es aber sachen was frauen eben sozusagen besser können als männer und es gibt sachen die männer besser können als frauen so und für mich ist es mir ist es völlig für mich ist das total irre also völlig es ist für mich überhaupt gar kein thema was ich finde ist und das sieht man ja auch zum beispiel im management management ist es schon so dass die frauen grundsätzlich weniger sind aber das hat mit deren familienplanung mit allen dem zu tun die sind ja doppelt belastet auch ja ich habe zum beispiel ich habe zweimal preis bekommen von des landes nrw weil ich als unternehmer damals bei ende mol am meisten alleinerziehende frauen eingestellt hat warum habe ich das gemacht weil alleinerziehende frauen viel 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 besser organisiert sind als alle anderen bevölkerungsschichten die sind so top organisiert weil sie nämlich kind arbeit alles unter einen hut bringen müssen manchmal da gab es bei mir gab es schon home office da gab es noch gar kein home office da gab es noch nicht mal verfickten virus so und und das war mir auch egal weil wenn weil sie haben alleinerziehende frauen leisten ihre arbeit zuverlässig und deswegen habe ich da meisten von denen eingestellt und und das und dafür habe ich zweimal preis bekommen und das ist das ist ja eine bevorzugung sogar aus aus guten gründen ja also ich finde ja sowieso auch frauen sind tatsächlich die besseren organisatoren naja also es wird jetzt wieder leute geben die sagen ja weil sie es müssen sie mussten das ja lernen weil die männer die machen es ja nicht die mussten das ja egal also frauen können besser organisieren und können können besser das das kriegen die einfach besser hin ich glaube nicht dass ja ich weiß ich auch nicht ich drehe mich hier im kreis weißt du was ich meine ja was das ding ist das also was das das für mich ist es so für mich gibt es also es ist mir völlig banane was ich gerne möchte ist dass wenn eine frau keine ahnung chef eines konzerns ist dann und leitet einen konzern mit tausend mitarbeitern dann soll sie gleich die kohle kriegen wie wenn es ein mann wäre natürlich wenn ein gewichtheber 57.843 fans hat und einer nur zwölf dann soll der mit zwölf weniger verdienen auch wenn er die gleichen gewichte hochhebt weil er eben nicht so attraktiv ist wie mit die fußballspieler wenn ein ganzes wenn 57.000 leute kommen um eine mannschaft zu sehen dann haben diese menschen mehr verdient als wenn zwölf kommen das hat das mag nicht gerecht sein weil die anderen genauso toll fußball spielen aber grundsätzlich mal ist es so dass eben wenn da erfolg ist und wenn da geld reinkommt und wenn da attraktivität ist dann dann hat das auch einen wert und bei den frauen ist es so wie es gibt für mich gibt es viele sachen wo man was verbessern kann überhaupt keine frage aber wenn du jetzt guckst wo man was verbessern kann dann ist bestimmt nicht deutschland an erster stelle wo man alle erziehen muss und alle maßregeln muss und hin und her abgesehen davon dass der größte schlag gegen frauen überhaupt ist dieses elende gesetz dass jeder sich als frau fühlen kann das ist eine eine absolute das ist das abschaffen der weiblichkeit und das hat mit der realität und mit irgendwas gar nicht zu tun nichts nur das ist sowas von weltfremd und fern und so das ist wirklich wirklich irrsinnig dass sowas passiert ja also das auf das thema wollte ich auch noch kommen weil das ist tatsächlich ja wirklich so dass sich da männer wieder sachen nehmen indem sie sich einfach damenschuhe anziehen sind sie der meinung das sind jetzt frauen und die vielen dumm ist wie viele frauen sich daran beteiligen wie viele unterstützen ja weißt du was mir am meisten und jetzt muss ich mal was sagen das darf ich nicht sagen ich sage es jetzt trotzdem weil wir sind ja hier unter uns ja was mir tierisch auf den sack geht sind diese also sind frauen die offensichtlich nicht so toll aussehen und mir ist es scheißegal wie eine frau aussieht wenn sie einen tollen charakter hat aber der miese das miese aussehen mit miesen charakter lautem radikalen auftreten und unverschämten forderung geht ganz oft hand in hand und ich sage es dir ganz ehrlich die gehen mir am meisten auf dem sack und die männer die sich zurecht machen ja wie eine frau und wirklich nicht aussehen wie eine frau gar nicht die können sich rasieren sie sehen einfach sie sehen als mann scheiße aus und als frau sehen sie auch scheiße aus die sehen auch als kaktus scheiße aus und auch als grüne schublade sehen sie scheiße aus ja und wenn man so scheiße aussieht und sich dann in ein anderes geschlecht verbandelt um sich interessant zu machen um weniger scheiße rüber zu kommen ist das ein verfickter irrtum das das ist blödsinn man ist nicht besser dadurch und diese dieser dieser eine vogel der zum beispiel im bundestag sitzen ich glaube der was man darf ihn glaube ich nicht als mann bezeichnen weil er nämlich kein mann ist weil er sich als frau fühlt aber jede frau mit gesunden menschenverstand die den anguckt würde gerne wenn das nicht tausende von euro strafe kosten würde würde sie gerne sagen das ist ein hässlicher mann und jetzt ist es ein hässlicher verkleideter mann der sich als frau verkleidet hat das ist ein karnevalist das war's ja das ist doch wirklich auch da also dass mir schon dieses video über den weg gelaufen von dir mit diesen papis das ist ja dasselbe also du sollst du sollst du sollst nach dem äußeren beurteilen und ganz wird man viel verständnis dafür haben es wird ja immer gesagt in diesem land kann jeder sein was er will und das ist ja auch so es kann ja jeder sein was er will aber das kann nicht mehr jeder denken was er will das ist das problem aber ist das so denken abgewöhnt was aber findest du findest du dass wirklich jeder das sein soll was er will weil ganz jeder guck mal das ist das problem wir haben ich habe ein total tolles beispiel ich habe mit einem psychologen gesprochen und habe diesen psychologen in meiner ratlosigkeit gefragt sagt man erklär mir mal den habeck weil der habeck hat ja neulich diesen schönen satz gesagt also der wirtschaft geht es nicht schlecht nur die zahlen sind schlecht ja das ist ja der dümmsten sätze der politischen geschichte der weltgeschichte ich weiß gar nicht ob es überhaupt in der weltgeschichte mal ein zitat gab das so unglaublich substanzfrei und dämlich ist wie das und dann habe ich mich gefragt ist der typ wirklich strunzenblöd das kann ja gar nicht sein weil jeder mensch weiß ja jedes kind jeder sechsklässler weiß die wirtschaft wird definiert der maßstab für wirtschaft sind zahlen gewisse zahlen die dahinter liegen umsätze verkäufe abverkäufe retourenquoten das sind alles zahlen und aus zahlen ergibt sich der begriff die wirtschaft so und ein land hat ganz viele zahlen und er sagt jetzt also eins er sagt der wirtschaft geht es nicht schlecht aber die zahlen sind schlecht und er glaubt daran und da habe ich den psychologen gefragt kannst du mir das erklären da sagt ja klar jeder psychologie ja gut ausgebildet kann jetzt erklären der typ hat eine wirklich harte kindheit gehabt weil seine Eltern so dämlich waren ihm permanent zu erzählen dass sein gefühlsleben unglaublich wichtig ist die haben ihm erzählt in der schule wenn er eine sechs hatte pass auf du hast keine sechs in mathe geschrieben auch wenn eine sechs drunter steht weil du bist ja nie ein einser schüler also du bist ja höchstens wenn du dich ganz dolle dolle anstrengst kannst du mal eine vier schreiben in mathe weil du kannst einfach kein mathe und wenn du jetzt eine sechs hast hast du eigentlich eine zwei ja weil es kann ja nur eine vier er kann ja nicht die eins erreichen das kann ja gar nicht das kann er vom mensch her nicht also er kann nur eine vier erreichen wenn er die vier wenn du von der vier rückwärts zählst dann ist das so dass das die die vier die eins ist dann ist die fünf die zwei drei und die sechs ist eine drei so und dann hat er eine drei und deswegen sagt er wieso eine drei in mathe ist doch super gut da steht der sechs ja aber das ist mir egal und das haben die eltern die eltern haben diesem typen diesen scheißdreck eingeredet und das ergebnis ist und jetzt hat er genau richtig erklärt der habeck steigt also morgens in sein auto rennen mit seinem fahrrad ich entschuldige mich in aller form nils kannst du mir gefallen zu kannst du den hund irgendwie aus dem zimmer rausholen alle hunde raus türen zu fertig das war's ich entschuldige mich vielmals also das sind ja die bellen hier die ganze zeit rum aber das ist das ich und jetzt klingelt die tür hörst du das auch das klingeln das ist ja geil dass das wird alles unterdrückt ist abgeschirmt bist du dir können zehn russen kassadjok tanzen und man merkt das macht so ich glaube so schaltet das alles weg es irritiert sozusagen mich das ist eine gute nachricht aber was wollte ich sagen wo war mir stehen geblieben hat das gut erklärt habe ich steigt morgens auf sein klar dann steigt er ein sein fahrer fährt ihn ja dann von zu hause von von seiner wohnung mit fernwärme fährt der fahrer ihn dann also in den bundestag und jetzt fährt er die straße entlang und dann sieht er rechts zum beispiel einen kiosk und der kiosk ist auf und dann sagt er überlegt er und sagt ich guck mal die leute sagen alle der wirtschaft geht so schlecht aber der kiosk ist doch auf und früher war das so in dem kiosk war nur ein kiosk heute kann man da getränke kaufen da kann man suppen kaufen da kann man alles mögliche machen ja und es ist sogar eine post filiale drin das ist doch alles super besser geht es doch gar nicht mehr dann fährt er weiter dann sieht der ein restaurant da ist morgens früh um zehn sitzen leute und frühstücken doch herrlich guck mal die sind da drin und die frühstücken dann guckt er auf die andere seite und sieht da so ein ups fahrer sein ich guck mal an da bringt einer pakete vorbei und dann ist sein gefühl der wirtschaft geht es gut die zahlen sind halt schlecht das stimmt ja die zahlen die mal hingelegt die sind alle scheiße so aber er denkt gefühl ist die wirtschaft richtig und das ist das problem diese ideologen diese vollpfosten glauben daran dass ihr gefühl mehr relevanz hat als die fakten und deswegen haben die auch gar kein problem zum beispiel permanent alle fakten zu leugnen und einfach irgendwie durchzulavieren irgendwie weil es deren leben so funktioniert hat und dann habe ich zum ersten mal begriffen warum der auch in so einer warum der auch weiterhin in talkshows geht müsste normalerweise müsste ja einsehen dass das nicht sein pflaster ist weil er jedes mal volle möhre verkackt aber das sieht er gar nicht so der sagt die leute sind zu dumm die hören ja gar nicht auf ihr gefühl das ist die sind so dumm die glauben die zahlen das ist verrückt und das gleiche gilt fürs klima das klima ist wenn der morgens aufsteht und es ist ihm zu kalt dann sagt er ist klimakatastrophe wenn es ihm zu warm ist auch klimakatastrophe wenn es regnet ist klimakatastrophe für den ist alles was ihm nicht passt ist irgendwie eine katastrophe und deshalb deshalb ist aber jetzt darauf gekommen weil ich habe gesagt jeder mensch kann soll doch gerne alles sein dass das kann das geht nicht aber ich meinte das nicht so du meinst dass der dann diese position des wirtschaftsministers hat dass das natürlich nicht richtig ist das finde ich auch aber auch er kann nicht du kannst nicht alles du kannst zum beispiel kein du kannst ja nicht sagen ich bin ein kaktus oder ich bin weiblich oder ich bin männlich oder ich bin ein zauberer oder ich bin ein genie wir sind hier vorhin in köln an einem musiker vorbeigekommen der kein musiker ist du kennst ja so ich manchmal kennst du solche gestalten wo du denkst was sind das für welche der saß am ausgang von irgendeinem supermarkt da hatte eine selbst gebaute nacken krause irgendwie weil er den ganzen tag da draußen sitzt und und so spielt dann hatte der hier ein schlachtzeug und hier hatte der ein ein e piano und der hat darauf rumgeklippert das gab keinen sinn man hat auch fast gar nichts gehört aber was immer der gefühlt hat der hat bestimmt gedacht ich bin ein begnadeter musiker oder ich bin von gott gesandt weil dahin auch alles so zettel mit messages dran und so mit irgendwelchen nachrichten und was ich da meine ist halt eher dass jeder so sich so verrückt fühlen kann wie er will also warum soll nicht jemand sagen ich bin ab heute ein kaktus und schlägt im stehen im blumentopf das meine ich was ich aber schlimm finden ist dass die gesellschaft dann immer gezwungen wird das so anzuerkennen ich würde mir wünschen dass non binäre männer sich non binär fühlen nehmen wir wer könnte denn jetzt non binär sein vielleicht david bowie vielleicht war der non binär weil der ja auch sehr feminine züge hatte hat ja auch schon sex gehabt vielleicht wollte der auch gerne war eine frau sein und hatte so phasen in ein phasen so in anderen so warum soll man das nicht warum soll man das nicht sein ich finde die welt ist dann total bunt wenn jeder wirklich das ist was er gerne sein möchte nur wenn er arbeiten geht muss jetzt nicht das ganze büro sagen guten morgen frau kaktus das ist das was ich meine genau das ist paragraf 1 der straßenverkehrsordnung der lautet jeder hat sich sofort so zu verhalten dass der keinem anderen schadet das muss die grundregel sein das ist doch ein schöner schöner satz zum zum schluss des thema weltfrauentag war doch das thema für alle menschen geht die idee der der erste paragraf der straßenverkehrsordnung das stimmt seien sie einfach seien sie einfach das was sie gerne wollen fühlen sich wie sie wollen aber belästigen geh mir nicht auf den sack mit deiner scheiße ja das gleiche gilt übrigens auch für religion ja religion ist wie penis kann man zu hause einfach kann man damit machen was man will alles okay aber du musst ja nicht jeden damit belästigen mit deinem scheiß kleinen ding so einfach ist das ist das ist das ist das ist das grundregel des menschlichen zusammenlebens genau macht mir auch tatsächlich sorge ich muss dazu erzählen aus china willst du was aus china hören dazu ich habe ja in letzter zeit so ein bisschen mit hier jürgen hunke zu tun eine hamburger ja ein hamburger prominenter sozusagen ein sehr bekannter mann der sehr viel geleistet hat nicht nur wirtschaftlich sondern auch tatsächlich vor allen dingen für die kultur und für den fußball und sowas alles der ist 81 und ein wirklich weiser mann der also der ganz ganz viel weiß der sich in china super auskennt eine der größten asiatiker sammlung hat deutschlands wenn ich die größte und der hat mir gestern erzählt es gibt warte mal ich muss gucken damit ich es jetzt nicht falsch erzähle es gibt im chinesischen nicht das wort verlieren sondern weißt du wie das im chinesischen heißt neue chance das ist ja schön so was gefällt mir ja ja also ich bin ja kein chines ich kenne mich nicht aus aber sagt der chinesische an sich ne der sieht nicht der sieht nicht so dass er wenn irgendwas ist und wenn etwas in die hose geht sieht er nicht dass er verloren hat sondern er sieht es gibt jetzt eine neue chance und jetzt guckst du das an und sagst und das und wenn du die chinesen haben ja das beste aus dem kommunismus mit dem besten aus dem kapitalismus verbunden irgendwie ja das ganze unter einer relativ so unter einem system wie firmen geführt werden und unter solchen wenn du solche sachen hörst so kulturelle unterschiede die die für die ist das verlieren eigentlich eine tolle situation war hier da hast du ja eine neue chance das ist was positives bei uns ist das depression also der verlust ist in dem moment vergessen war aber wo es passiert weil man dann gleich die neue chance sieht ja wenn man bei uns was verloren hat also dass man ein spielchen verloren hat oder eine strategie verloren hat ja jammert man dem ja noch ewig nah wenn man aber sagt auch ich habe gestern eine neue chance bekommen das ist die super geschichte finde ich eine super geschichte das ist sehr schön ja da hattest du eben einen spannenden zettel wo du hattest diesen spannenden zettel wo draufsteht kindergarten ich gehe davon aus dass du nicht vor kindern auftrittst weil ich habe ja schon mal auf bei da habe ich ja kinder geschminkt ja geschminkt und das war sehr schön die kinder waren immer alle ganz begeistert und es gab ja da dieses diesen streit den ich mit meiner mutter hatte weil meine mutter mich ja auch immer zu laut und so das fand sie alles furchtbar und wir haben uns ja dann auf dem schiff mal gestritten und hat sie gesagt ich könnte nicht mehr mit dir zusammen leben das geht einfach nicht da musst du auch nicht so und als ich dann dieses kind geschminkt habe ein paar tage später da war ich natürlich ein ganz anderer als eben kway sondern ich habe das kind da geschminkt und diese mutter von dem einen kinder zu meiner mutter gesagt sind sie seine mutter und dann hat meine mutter gesagt ja ja sie können sehr stolz sein auf ihren sohn der kann so vieles und wir haben alle so gelacht und jetzt schminkt ja meine tochter so toll das ist wirklich sehr sehr schön und so und am selben abend hat meine mutter gesagt ich wir sollten doch zusammen leben ich kann noch eine menge von dir lernen das hat mich sehr gefreut und kindergarten wie kam wie kamen wir da jetzt raus wir haben das thema aufgesucht ich bin ein bisschen müde merkst du dass du hattest aber das thema einer deiner zettel war kindergarten ja und ich habe zum thema kindergarten eine sache die mich maßlos geärgert hat über die ich mich eigentlich schlau machen wollte aber ich reiße es mal an ich habe mich da so drüber geärgert vor gestern habe ich mich ich schminke mich abends und höre nachrichten meistens kontrafunk aber oft auch ndr da ab und zu ist auch was interessant ist ndr info aber den sender habe ich ein bisschen verbannt wegen dieser ganzen gendereien und wegen dauernd dauernd nur probleme da ist dann kontrafunk doch schon mal netter wenn marcus fahlefelder seine kochsendung macht oder jetzt habe ich aber den podcast von basta berlin habe ich im kontrafunk gehört und die haben darüber berichtet die haben ein video gezeigt dass eine kindergärtnerin sagt wir sehen es gerne wenn unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter wenn die die kinder auffordern geht doch da ruhig ins ankleidezimmer und zieh dir gerne auch ein kleid an wenn du jünger bist und wenn du mädchen bist zieht die auch gerne eben hosen an also wir sehen es gerne wenn kinder dazu aufgefordert werden sich gegenschlechtlich anzuziehen das ganze geht zurück also ich schraube das jetzt irgendwie zusammen aus meiner erinnerung das ganze basiert auf einer aktion von von frau paus frau paus ist unsere familienministerin als die paus aus mir hat nämlich eine initiative gestartet gegen stereotype männer und frauen was ja erstmal vielleicht gar nicht schlecht ist aber innerhalb dieser initiative ist dieses programm gestartet dass kindergärtnerinnen und kindergärtner die kinder anhalten sollen sich gegengeschlechtlich anzuziehen und damit man diese stereotype aufbricht und das soll aber gelten für kinder von null bis vier oder so also auch für kleinstkinder ich finde das ich finde das ist so das hat mich so ärgerlich gemacht das ist absoluter horror ja frau paus und frau feser ja genau so sind ja die kategorie von frauen von denen ich vorhin gesprochen hatte das ist das sind menschen die mit sich selber ihrem aussehen ihrem leben eigentlich grundunzufrieden sind und deswegen andere tyrannisieren mit ihrer meinung und sich aufblasen und sich darf und das also früher hätte man gesagt eine holen sich einen runter darauf dass sie irgendwie andere leute tyrannisieren können das haben die ihr ganzes leben gemacht das haben die in der schule schon gemacht das sind die immer wo es wo immer die ganze klasse gesagt hat jetzt geht das wieder los so dass das sind das sind die und dass sie dass sie sowas machen ist damit zerstören sie die grundnatürliche also natur natürlich im sinne von natur grundnatürliche substanz der kinder warum soll ich kinder am anfang ihres lebens irritieren es geht doch um was ganz anderes es geht doch eigentlich darum derjenige der sich als mädchen fühlt den sozusagen nicht zu unterdrücken das war ja die grundidee aber jeden jetzt auf den film zu bringen dass er unter umständen was anderes sein muss ich meine kennt man ja aus amerika und england jetzt wo sie das alles wieder zurückfahren was passiert ist mit dieser operiererei und alles das ja und ab 14 kann man sein geschlecht ändern dass diese ganzen pubertären kinder in der pubertät ist man ja auf der suche nach seiner sexuellen sexualität und nach dem nach seiner geistigen ausrichtung und alles was dazu gehört und da haben sie denen plötzlich jetzt futter gegeben und ein neues spielfeld aufgemacht was dazu geführt hat dass hier ob sich kinder haben um operieren lassen dass welche irgendwelche leute also hässliches mädchen gedacht hat ich bin lieber ein hässlicher mann als ein hässliches mädchen weil das hässliches mädchen habe ich weniger chancen als ein hässlicher mann kein witz hat der psychologe genauso gesagt und dass das dieses ganze dieses ganze rumgehässelt dazu geführt hat dass jetzt die kinderselbstmordrate massiv nach oben gegangen ist in diesen ländern die das so vorangetrieben haben diese ganze voke bewegung das ist alles also fast terrorismus weil es nämlich auch die substanz der familie zerstört weil was kannst du als eltern noch machen wenn du nicht mal deinem kindergarten vertrauen kannst und das nächste ist ja nicht nur der junge soll mein kleidchen anziehen wenn er lust dazu hat ja das macht mehr als karneval bei uns früher denn wenn hier fasching war dann oder oder karneval dann bin ich als mädchen gegangen so kam es war lustig haben die mädchen mich angemalt und haben alle gelacht und war das war es dann irgendwie und das war nichts das war ja keine umorientierungsphase aber einfach karneval so und wenn man das erlebnis haben wir kann man es ja gerne mal machen aber das so zu fördern und sozusagen leute zu ihnen eine bühne zu geben und sie zu besonderen zu machen alle kinder wollen besonders seine wollen aufmerksamkeit und plötzlich fangen kinder damit die damit gar nichts zu tun haben sich an zu inszenieren und kommen aus dieser spirale nicht mehr raus das ist alles so ungesund und so künstlich und hat wenn du dann guckst wer es auslöst ja das ist terror gegen gegen die bestehende substanz das ist das ist terror gegen bestehende werte und das machen die weil sie also weil sie neue werte schaffen wollen weil sie nämlich nach alten werten und das ist dann meinetwegen optik leistung zeugnisse arbeiten bla 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 weil sie nach alten werten nichts auf reihe kriegen also denken sich neue werte aus der ganze wokismus ist genau so entstanden weil in einer amerikanischen ostküste die kinder reichen eltern reicher eltern zu faul waren zu arbeiten den konkurrenzkampf sich nicht reinbegeben wollten und dann angefangen haben sich neue werte zu schaffen nämlich menschlich besonders toll zu sein besonders gerecht zu sein da waren die dummen eltern dann auch ein bisschen stolz drauf wenn ein kind ist halt strunzen blöd und kriegt nichts auf reihe in jura aber er setzt sich wenigstens für die gerechtigkeit der welt ein das haben die dann eine weile gefressen bis sie gemerkt haben dass ihre kinder so alles tyrannisieren alles kaputt machen jetzt war neulich eine grüne balance wenn du hörst was die sagt dann siehst du was dabei rauskommt wenn man sich so verhält arbeiten ist für die sie hat gesagt die hat ernsthaft und das meint die auch die habe ich auch gesehen darüber haben wir müssen ja steuern bezahlen darüber habe ich mich auch geärgert vor allen dingen hat sie gesagt sie hätte ja schließlich jetzt schon für das klima demonstriert und sich an der straße festgeklebt und sie hätte ja auch schon ganz viel stress mit dem krieg und sowas alles jetzt können sie nicht arbeiten stell mal vor da bist du fassungslos aber das ist eben das ist eben dieses und dieser und kindergarten also ich dachte du kommst auf das andere thema da das jetzt da ständig transen rumspringen in kindergarten besonders in berliner kindergarten das ist ja die fortführung dessen das ist ja die fortführung dessen was ich vorhin gesagt habe also ich habe ja überhaupt kein problem damit wenn ein kind sich irgendwas anzieht ich habe auch kein problem damit wenn olydia jones ihr kinderbuch irgendwo vorstellen vorstellen dass das in allen kindergärten jetzt statt dass das ist immer so befehlsmäßig weißt du so der marsch durch die institutionen macht unsere wer und mich macht mich macht das einfach wütend ich sage dir ganz ehrlich man sollte das ja nie sagen aber mich macht diese ganze gurkentruppe momentan aggressiv weil alles teurer wird wir merken dass ja wirklich jetzt also gerade jetzt die letzten wochen merke ich das ganz krass wir können keine auftritte mehr annehmen so für mix shows was man früher mal gemacht hat wo man gesagt hat da kommen wir da eh vorbei dann fahren wir einen tag eher da gibt es ein paar hundert euro machen wir können wir nicht mehr weil wir das den sprit dafür nicht mehr haben weil das alles zu teuer ist das werden alles minusnummern du musst jetzt schon aussortieren welche auftritte du nicht machen kannst weil das muss man wird du musst sofort bei viel steuern bezahlen und es ist und das geht ja nicht nur uns so wir kriegen haben ja noch mehr einkommen als vielleicht manch jemand anders also ich finde es geht alles dermaßen den bach runter ich will ja nicht schwarz malen aber da gibt mir geht diese regierung so dermaßen auf den sack ich kann das überhaupt nicht beschreiben aber das weißt du was das ist das ding das wollen sie sie wollen uns verelenden weil wenn du verelendet bist dann lässt du dich regieren weil du irgendwie hoffen hast dass die da oben das noch regeln weil du ja merkst die da oben haben die alles genommen jetzt hoffst du dass die da oben wieder was geben das ist das alte prinzip der hundeerziehung gibt es ihm nichts mehr zu fressen weil er eine bude gekackt hat dann scheiße den zusammen am laufenden band bis zum geht nichts mehr dann ist der irgendwann abhängig von dir macht geht passiert ja auch mit kindern das ist ja die ganze kinderpornografie alles das ist alles so entstanden mit mit abhängigen erst runter putzen bis zum geht nichts mehr dann irgendwas machen dass sie sich schuldig fühlen und dann fertig machen systematisch und dann ausnutzen das ist das was die macht das ist deren das ist deren lebensprinzip und die haben ja das da kummer ricarda lang hat zwar war das 2018 sich hingestellt hat da mit ihrer komischen sprache und ihren komischen betonung was ja auch total absurde spricht wie eine außerirdische oder wie eine kai da hat sie dann erzählt ja sie ist es leid dass sie immer angesprochen wird auf ihr übergewicht ja dann frisst doch nicht so viel wenn du es leid bist dann nimm dich doch mal zusammen dann tu doch irgendwas dagegen geh sporteln oder mach sonst irgendwas wenn du es leid bist oder aber reg dich nicht drüber auf weil es ist wie es ist wenn man so rum rennt und wenn man andere leute erziehen will dann haben leute keinen bock drauf und dann fassen dann dann wenn du andere leute auf ihre fehler ansprich sprechen die dich auf deine fehler an und sorry ricarda lang dein fehler ist ganz offensichtlich ganz offensichtlich du bist eine doppelzenter frau ja vielleicht hätten wir vielleicht hätten wir für ricarda lang ein buchtipp zum abnehmen irgendeine diät oder so es gibt hier ein schönes buch von remark im westen nichts neues da geht es um arme soldaten an der front die ganz dünn zurückkommen oder gar nicht mein eindruck ist soll ich dir mal was sagen mein eindruck ist von diesem podcast ich bin ganz furchtbar müde und ich habe mich auch manchmal jetzt da beim quatschen so aber das ist für den zuhörer ja vielleicht auch mal spannend wenn man sich so so wenn man da so umeiert wie ich gerade jetzt schon wieder das ist total interessant ich wünsche mir für unseren nächsten podcast mehr struktur und ich wünsche dir natürlich dass du besser drauf bist das ist ja dass du aus diesem loch wieder raus kommst in dem du da steckst ich gleich essen ins player der player ja und dann esse ich sozusagen in meinen geburtstag rein und dabei weiß ich schon was ich esse ich werde ganz leckere sachen essen und darauf scheißen was es kostet und dann wird das ein schöner abend werden ja das sei dir verdient also du hast morgen geburtstag ja aber das ist für den podcast irrelevant weil der podcast obwohl wann kommt er denn er kommt ja morgen 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 an deinem geburtstag ach das ist ja toll dann danke ich dir herzlich für dieses wunderbare geschenk du kriegst die ganzen kommentare dann da drunter tausende glückwünsche ja das ist toll das ist toll da 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 hole ich mir sozusagen mit so einer mit so einer mit so einer fiesen fiesen nummer ja so eine aufmerksamkeitsdefizit nummer von wegen ja ich habe ja geburtstag hole ich mir jetzt schön kalkuliert sozusagen die glückwünsche an bord ach ist das herrlich ich hatte noch nicht meinen besten freund zu besuch so mit dem ich bin schon seit jahrzehnten befreundet und so der zweitvater von valentina und so und der saß mit seiner frau mit denen ich immer zelten war und die saßen bei mir und er sagt und der war immer so still wir haben gegessen haben geredet mir ist nichts aufgefallen und irgendwann sagt seine frau und zwar so pass auf so rolli nun sache es doch und wir gucken die an was denn ist er krank hat er eine neue arbeit geht er in rente was was es geht das lief ein film ab und da haben wir gesagt was ist denn und so der wollte es dann hat er gesagt ein 6 63 63 jähriger mann hat gesagt ich habe heute geburtstag der hat bestimmt gedacht wir haben den eingeladen weil er geburtstag jetzt ist er die ganze zeit da und dann sagt rolli immer ich habe heute geburtstag ja das ist auch schön und er ist auch 63 siehste so ja dann wäre ja vielleicht doch noch schön ab das hast du buchtipp ich habe keinen doch ich würde empfehlen damit ich jetzt nicht falsch da gucke ich noch nach und zwar das neue buch von peter hane das ist jetzt rausgekommen das heißt so viel wir sind ja alle bekloppt aber schon gehabt aber wir können es auch zweites mal empfehlen haben wir das alles du das gesagt ich weiß es nicht kann sein also auf jeden fall dass das ist das euer ernst aufstand gegen idiotie und ideologie ja das haben auch schon peter peter hane das maß ist voll das hatten wir auch schon dabei das ist ja her sozusagen im stern ist angeblich ein artikel erschienen über peter hane und seine dauernden wut ausbrüche alle ärgern sich schwarz darüber dass das immer ein bestseller wird bevor es überhaupt schon raus ist ja genau der ist immer schon bevor es raus ist ist immer schon bestseller er hat neulich gesagt er hat neulich in einem interview gesagt ich habe ihn da gehört das war so geil gesagt soll ich ihnen mal etwas sagen ich habe gewusst dass thomas gottschalk sich scheiden lässt das habe ich schon gespürt und ich kann ihnen auch sagen wann ich war nämlich der erste der in florida bei der alt der kommt am unteren florida wo wohnt der also der da ihm vor seiner ausgebrannten mühle ihn getröstet hat ich habe thomas gottschalk in arm genommen und habe ihn getröstet ich war der erste der ihm zur seite stand als dieses gebäude abgebrannt ist und soll ich euch was sagen oder soll ich ihnen was sagen ich wusste dass der sich scheiden lässt weil seine frau hat nämlich einen millionenschweren text von rilke verbrennen lassen ja um die katze zu retten das ist wirklich so gewesen ist wirklich so gewesen den original rilke genau ja aber was bleibt uns anderes als wir wünschen einen wunderbar ich habe noch eine frage an unsere wunderbaren zuhörer liebe zuhörer wir würden so gerne den podcast mal live machen auf der bühne dazu müssen wir ja einen ort haben wenn ihr also in hamburg wohnt oder in hamburg und umgebung dann sagt uns doch mal bescheid ob ihr dazu lust hättet und wenn dann würden wir dazu eine ganz tolle location anmieten und würden mal und da ist dann die frage nämlich ich habe gedacht es wäre ja cool so was am sonntag vormittag mal zu machen weißt du so wie früher so eine martinie oder so das ist natürlich eine frage wo k-ray gerade ist und ob das geht aber sagt uns doch mal ob ihr grundsätzlich bock hättet dass wir mal einen podcast live machen ja darüber will ich mich auch freuen wir zu sauer und zuhörer da gucke ich sie jetzt direkt an schreibt mal in die kommentare ja ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen weil ich ja heute abend in köln auftrete und dann die show fängt um 20 nach wann fängt die an will nach elf oder was oben rein ja ja und dann kann ich dich um zwei um zwölf kann ich dich an und schmeiß ich dich aus dem bett von der bühne und wir singen dir dann alle nass dann würde ich auch sagen tschüssi bis zum nächsten mal dann geht's dann geht's dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020